Hast du es schon gehört? Ich bin tatsächlich verlobt. Ich werde einfach heiraten. Ich kann es gar nicht glauben. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich. Naja, bis auf die Geburt meiner Kinder natürlich. Aber auf jeden Fall kann ich es kaum erwarten, Lennys Frau zu werden. Wobei, eine Sache gibt es da noch. Es könnte sein, dass ich wieder schwanger bin. Ja, wirklich. Schon wieder. Hallo, ich bin Eljenix und das ist der 27. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer 100 Baby Challenge. In den letzten zwei Parts ist meiner Meinung nach relativ viel passiert. Also Emma ist mit Lenni verlobt. Sie ist außerdem vielleicht schwanger. Dann hat Violet noch einen neuen Love Interest oder irgendwie gleich drei, wenn ich mich richtig erinnere. Also wir haben hier diese Hausparty gefeiert und irgendwie hat Violet mit allen geflirtet oder wollte mit allen flirten. Ja, aber ich bin derzeit gerade ein wenig am Vorproduzieren. Deshalb weiß ich eure Meinung zu diesen ganzen Sachen leider noch nicht. Also ihr könnt sie mir gern auch noch hier jetzt unter diesem Video da lassen. Auf jeden Fall wird Emma in diesem Part ihrer Familie von ihren Hochzeitsplänen erzählen. Ich habe mir dafür auch extra das Hochzeitserweiterungspack gekauft. Also dann können wir die Hochzeit auch wirklich riesig planen. Und außerdem müssen wir natürlich herausfinden, ob Emma schwanger ist. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle bei euch nochmal für den erfolgreichen 10 Stunden Stream auf Twitch bedanken. Danke, dass so viele von euch da waren und danke, dass ihr euch so aktiv an allem beteiligt habt. Falls ihr ihn verpasst habt und gerne bei zukünftigen Streams dabei sein möchtet, folgt mir sehr gerne auf Twitch. Aber dann starten wir jetzt in den Part hinein. Und so starten wir in den Tag hinein. Emma und Lenni sind derzeit noch in Mount Comoraby und sie hat sich gerade in den Finger geschnitten. Wow. Oh, aber dafür hat sie jetzt die Feinschmecker-Kochfähigkeit erworben. Das ist ja auch eines unserer Ziele, da sie die Kochfähigkeit ja schon maximiert hat, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, genau. Kochen hat sie auf Level 10. Dann brauchen wir eben noch Feinschmecker-Kochen auf Level 10 und außerdem noch Backen. Was ich gerade sagen wollte, sie sind eben noch in Mount Comoraby. Aber ich glaube, Emma wird nicht mehr... Nein, du isst jetzt nicht. Du kannst jetzt Lenni rufen, dass er mit dir isst. Das ist nicht nett von dir. Okay, perfekt. Jetzt essen die beiden hier gemeinsam. Es schaut auch wirklich sehr lecker aus. Also, wie gesagt, ich glaube, ich möchte nicht, dass Emma noch sehr viel länger hier bleibt. Wenn ihr euch nämlich an den letzten Tag erinnert, wir haben ein wenig Stress zu Hause. Also, das Geld wird langsam knapp und das weiß Emma ja ganz genau. Außerdem glaube ich irgendwie, dass sie ihren Drillingen nicht ganz vertraut. Und ja, da sie letztens eine ziemlich wilde Party gefeiert haben, hat sie ja auch irgendwie recht, dass sie ihnen nicht ganz vertrauen sollte. Und ich glaube, deshalb wird sie jetzt verfrüht abreißen. Und dann kommt ja noch dazu, dass sie ja den Verdacht hat, schwanger zu sein. Und wir wissen ja, dass Lenni derzeit keine Kinder haben möchte. Ich glaube, deshalb werden wir das jetzt nochmal ansprechen. Zuerst werden wir einmal über die Hochzeit reden. Oh, die beiden sind so süß. Und dann werden wir ihm einmal nach Kinderwunsch fragen. Oh. Irgendwie haben sie sich schon jetzt nicht sonderlich gut verstanden. Und er steht jetzt auch einfach auf. Vielleicht vermutet er ja auch irgendetwas. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man das Emma ein wenig anmerkt, dass sie nervös deshalb ist. Und dann werden wir einmal über Babys sprechen. Gut, Lenni hat sich jetzt hier an diesen Computer gesetzt und Emma versucht jetzt nochmal mit ihm über das ganze Thema zu sprechen. Dann kann sie ja noch einmal von bevorstehender Hochzeit schwärmen, einfach damit sich die Stimmung zwischen den beiden ein wenig auflockert. Okay, jetzt fragt sie ihn. Ich möchte momentan keine Kinder. Okay, also seine Meinung hierzu hat sich nicht geändert. Ja. Ich denke, Emma hofft insgeheim wirklich sehr, dass sie diesmal nicht schwanger ist. Stimmung hat sie deshalb jetzt tatsächlich noch keine. Also, sie fühlt sich durchaus glücklich und inspiriert, weil sie eben mit Lenni unterwegs ist, weil sie jetzt verlobt ist, weil sie über Babys geredet haben. Also, sie verstehen sich gerade wirklich gut. Aber jetzt wird sie ihm halt einfach sagen, hey, sorry, ich muss jetzt leider gehen. Ich muss mich um alles kümmern. Und deshalb werden wir ihm jetzt einfach die dramatische Geschichte erzählen, dass sie die Vermutung hat, dass zu Hause jetzt alles drunter und drüber geht. Vermutlich liegen überall Spielzeugdinosaurier herum und das Puppenhaus ist zerstört. Ich glaube, wir haben gar kein Puppenhaus. Und vielleicht gibt es auch einen wilden Bär, der dort hinkommt. Ja. Emma tischte ihm auf jeden Fall irgendeine wilde Geschichte auf. Und wir werden uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen. Und dann sind wir jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Emma muss sich nämlich ganz dringend um alles kümmern und Geld verdienen. Und ich glaube, heute am Abend machen wir am besten so ein kleines Familienfest, damit sie einfach allen von der bevorstehenden Hochzeit erzählt. Und irgendwann müssen wir dann natürlich auch noch den Schwangerschaftstest machen. Aber ich glaube, jetzt ist sie noch nicht bereit dazu. Also wir werden noch ein bisschen warten. Vielleicht heute Abend nach dem Familienfest. Gut. Wie geht es denn überhaupt den Kids? Gut. Rose braucht Aufmerksamkeit. Dann wirst du jetzt einmal Rose eine lustige Geschichte erzählen. Dann werden wir sie trösten und ihr einmal den Tag verschönern. Oh, unsere Lautsprecher sind kaputt. Keine Ahnung warum. Anscheinend sind die bei der Party kaputt gegangen. Jared geht es allerdings ziemlich gut. Aber zudem kannst du natürlich auch noch Hallo sagen. Und dann werden wir ihn einmal kennenlernen. Haru schreibt uns jetzt eine SMS. Ich habe gehört, dass du dich verlobt hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so für dich und Lenny. Oh, das ist wirklich unglaublich süß. Ich meine, eigentlich wollte Emma es ihren Eltern selbst erzählen. Aber wer weiß, vielleicht ist Lenny ja sehr oldschool und hat ihre Eltern vorher um Erlaubnis gefragt. Auf jeden Fall kümmert sich Emma gerade um den Hof. Also sie putzt jetzt gerade Betsy. Dann wird sie sich noch um die Hühner kümmern. Und dann müssen wir uns auch noch dringend um den Garten kümmern. Ist ja alles verdorben. Nein. Okay. Gut. Wir können hier jede Menge weiterentwickeln. Emma wird jetzt gerade angerufen. Preis gekrönt. Ivy hat einen Schulpreis gewonnen. Sollen wir ihn ihr vor der Klasse oder lieber still und diskret überreichen? Oh, ist das süß. Aber wir wissen ja, wie Ivy ist. Deshalb glaube ich, wir entscheiden uns für ganz diskret bitte. Die Schulsituation wurde abgeschlossen. Ivy hat die Belohnung Hochleistungskarnickel in ihrem Inventar erhalten. Was ist das? Oh. Das können wir uns natürlich erst ansehen, wenn sie wieder da ist. Violet hat jetzt auch ein SMS bekommen, während sie in der Schule ist, von ihrem Vater. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Sarah Fang angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Ich glaube, ich habe damals ja sogar vermutet, dass die beiden sich kennen. Und anscheinend kennen sie sich wirklich. Sanmai Shuno ist ja nicht so groß. Anscheinend haben sie sich schon irgendwo mal kennengelernt. Okay, die Schule ist vorbei, die Drillinge sind wieder da und anscheinend läuft es für alle gerade nicht so gut in der Schule. Das überrascht mich ein wenig. Oh, das liegt wahrscheinlich daran, dass gestern die Party war und alle Hunde müde sind. Daisy muss aber auch gleich wieder los, denn sie hat in einer halben Stunde Chillider-Training. Wie sieht das bei den anderen aus? Ja, gut. Violet kann dann einmal duschen gehen. Wieso trinkt Coco aus dem Klo? Können wir ihm sagen, dass er das nicht machen soll? Okay, Violet kann es ihm leider nicht sagen. Keine Ahnung warum, aber sie geht dann einfach gleich mal schlafen. Ivy hat ja nicht so viel gefeiert, deswegen geht es ihr eigentlich gut. Sie kann ihm über Spielen im Müll belehren und über Trinken aus Toilette belehren. Dann kannst du das gleich mal machen, dann kannst du ihn einmal umarmen und dann gehen wir einfach mit ihm spazieren und zwar machen wir einen kurzen Spaziergang mit ihm. Es sind nämlich noch sehr viele andere Dinge, die wir heute erledigen müssen. Und Emma hat jetzt jede Menge Sachen im Inventar. Die werde ich alle gleich mal in den Kühlschrank geben, zumindest die, die Sinn machen. Basilikum, Salbei, nicht daherlegen, in den Kühlschrank. Äh, okay. Irgendwie möchte der Salbei nicht in den Kühlschrank, doch. Gut. Dann noch die Äpfel und die Schokobären und die Birnen und die Weinreben und die Pilze und die Karotten. Und dann kann sie gleich mal mit dem Einmachen von Sachen beginnen. Wir machen eine Apfelmarmelade. Seit wann können wir das? Das ist sehr, sehr cool. Dann machen wir noch Schokoladensirup. Heute müssen wir nämlich auf jeden Fall noch zum Markt. Also ich glaube, das war's dann auch und dann müssen wir wirklich zum Markt gehen, weil uns geht das Geld aus, wie gesagt. Und am Abend möchte ich ja noch die Dinnerparty stattfinden lassen. Ich schau gleich mal in den Kalender. Und zwar, heute soll die Dinnerparty stattfinden. Also heute geben eben Emma und Lenny offiziell ihre Verlobung bekannt. Am Freitag passiert mal nichts. Am Samstag haben dann die Zwillinge Geburtstag. Dann hätte ich gern, dass am Sonntag die Hochzeit stattfindet. Dafür muss ich mir aber noch eine gute Location raussuchen. Und am Montag wäre es gut, dass dann das Kind auf die Welt kommt. Also wenn sie eben schwanger ist. Das heißt, ich glaube, wenn sie schwanger ist, werde ich mit dem MC Command Center die Tage der Schwangerschaft ein wenig verlängern, weil ansonsten ist das ein bisschen blöd, weil dann würde das Kind entweder Samstag oder Sonntag auf die Welt kommen und da wäre dann Montag besser. Aber da haben wir ja eh noch ein bisschen Zeit und wir wissen ja noch überhaupt gar nicht, ob sie schwanger ist oder nicht. Daisy ist zurück vom Cheerleader-Training und aus irgendeinem Grund ist Sarah Fang auf einmal da. Also es könnte ja sein, dass Violet sie eingeladen hat. Das weiß ich gar nicht. Aber Violet, dann stehst du jetzt mal auf und begrüßt sie. Wir werden ihr eine fesselnde Geschichte erzählen. Erzählen wir einfach irgendetwas von der Schule. Dann werden wir mal eine Gruppe mit ihr bilden. Und dann werden wir sie einmal nach Stimmung fragen. In der Zwischenzeit kann Ivy Coco mal ermuntern, sich zu erleichtern. Und ihn müssen wir dann auch ganz dringend baden und ihm neues Futter geben. Oh, sie haben sich so schüchtern begrüßt. Ist das süß. Warum fühlt sie sich jetzt angespannt? Oh, wegen Stimmungsschwankungen. Und sie braucht Spaß. Dann können wir uns einmal über unsere Eltern beschweren. Also eigentlich beschwert sie sich ja nur über Emma. Und ich glaube, es ist ihr vielleicht auch ein bisschen peinlich, dass Emma das Ganze mitbekommt. Deshalb wird sie sie jetzt eher nicht reinbitten. Dann werden wir einmal Fotos teilen und einfach mit den Fotos angeben, die wir eben auf der Party gestern gemacht haben. Aber ich finde es echt süß, dass Sarah jetzt vorbeigekommen ist. Eigentlich, ja, ich glaube, sie wird sie jetzt bitten, auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball zu gehen. Es kann ja noch immer mehr werden als Freundschaft, aber momentan ist es eben nur Freundschaft. Und dann werden wir uns aber bei ihr, glaube ich, schon wieder verabschieden. Denn Violet muss dringend schlafen. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit dir zum Abschlussball. Oh, ist das süß. Die Gerüchte sind wahr. Janet Peters möchte mit Violet Potter zum Abschlussball gehen. Wird sie mitgehen? Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Also Violet hat ja eigentlich gerade Sarah gefragt, ob sie freundschaftlich zum Abschlussball gehen. Aber Janet Peters möchte anscheinend wirklich mit ihr zum Abschlussball gehen. Also so wirklich als Date. Und ich glaube, Violet wird dir jetzt zusagen. Und vielleicht wird Sarah ja dann eifersüchtig. Oder Annika wird eifersüchtig. Oder sonst irgendjemand von den tausend Frauen, an denen sie interessiert ist. Deshalb werden wir jetzt sagen, natürlich. Und die beiden werden jetzt zum Abschlussball gehen. Wow. Irgendwie bin ich jetzt überfordert. Zuerst gab es keine Frau, die Violet interessieren würde. Und auf einmal interessieren sich alle für sie. Ja, okay. Mit wem geht es jetzt zum Abschlussball? Ist die Einladung mit Sarah jetzt weg? Abschlussballdate und Sarah? Abschlussballdate freundschaftlich. Hm. Bin ich sehr gespannt, mit wem sie jetzt hingeht oder ob beide dort auftauchen. Das wäre irgendwie nicht so cool. Aber da Janet jetzt gerade da ist, werde ich ihr ganz, ganz schnell ein kleines Umstyling geben. Ich finde sie ja jetzt schon unglaublich cool. Aber ja, damit sie besser ins Display passt, gebe ich ihr jetzt noch ein schnelles Umstyling. Und wie könnte es anders sein? In dieser Familie sind tausende Kleinkinder. Wow. Okay, aber gut, dann geht es jetzt los. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wenn ich mich richtig erinnere, wäre in drei Tagen dann Sonntag und wir wollten doch Montag. Okay, ich mache zur Sicherheit einmal fünf Tage, dann kommt das Baby Montag oder Dienstag und später können wir das natürlich wieder rückgängig machen. Aber ich finde das ein bisschen realistischer, gerade weil wir die Alterung jetzt auch hochgestellt haben. Gut. Schwangerschaftsdauer wurde zu fünf geändert und dann müssen wir das Spiel eben neu starten. Aber das ist nicht so schlimm, das mache ich dann einfach später. Jetzt verkaufe ich den Computer wieder und wir hatten 85 Simoleons. Sehr gut. Dann hätten wir auch das erledigt. Oh, sie umarmen sich, sie sind so süß. Ja, dann wird sie Haru einmal die Verlobung bekannt geben. Ich hoffe, er freut sich. Wobei eigentlich hat er ja schon angerufen und gesagt, dass er sich freut. Oh ja, sie freut sich. Emma kann es kaum erwarten, jedem von ihrer Verlobung zu erzählen. Es ist ihr liebstes Gesprächsthema, weil sie es einfach nicht mehr für sich behalten kann. Die Hochzeitsplanung kann beginnen. Lenny haben wir auch noch gar nicht hallo gesagt. Dann werden wir ihm einmal die ewige Liebe erklären. Und dann werden wir ihn noch küssen. Und ich muss mir auch noch überlegen, wer welche Rolle spielen sollte. Welche Rollen gibt es denn? Also wir können ihn bitten, der Offizian zu sein. Können wir noch was? Bitten Blumen zu streuen, bitten auf der Hochzeit Trauzeugen zu sein, bitten auf der Hochzeit den Ring zu tragen. Es gibt so viel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was was ist. Ich meine, es wäre natürlich süß, wenn die Kleinen die Blumen streuen würden. Vielleicht bitten wir dann Haru, dass er der Offiziant ist und ihre Mutter bittet sie, dass sie die Trauzeugin ist. Ich glaube, das wäre ganz cool. Aber ich habe das eben noch nie gespielt. Wie gesagt, ich habe das Peck erst seit heute. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche anderen Vorschläge habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Gut, dann bittet sie jetzt Garlet, die Trauzeugin zu sein. Und? Sagt sie ja? Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Ist sie jetzt die Trauzeugin? Kommen wir darüber keine Benachrichtigung oder so? Hochzeitszeuge. Ah, bei einer Hochzeit eine bestimmte Rolle zu begleiten, bleibt einem ewig in Erinnerung. Weirre Übersetzung. Aber jetzt haben wir auch Gefühle. Und zwar eben, dass sie als Trauzeugen-Sim gewählt wurde. Aha, Sarah war anscheinend wirklich noch immer da. Sie ist jetzt auf jeden Fall gegangen. Und dann müssen wir aber noch mit Haru sprechen. Und auch er scheint sich drüber zu freuen. Also bei ihm haben wir jetzt irgendwie keine Stimmung, dass er da Offizient ist. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es funktioniert hat. Aber gut, wir haben jetzt 23 Uhr und die Party wird jetzt beendet. Und an dieser Stelle werde ich auch diesen Part beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Es ist einfach so viel passiert. Emma ist schwanger. Emma wird heiraten. Also sie ist ganz wirklich verlobt. Dann noch das ganze Liebesdrama rund um Violet. Also ich freue mich schon wirklich auf eure ganzen Kommentare. Und natürlich auch über jedes Abo und über jedes Like. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!